Ja, das fühlt sich sehr gut an und wir haben eigentlich einen ganz guten Start gehabt. Gucken, dass wir heute vielleicht dann anknüpfen können. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch das Jahr vorgespielt, hatte keine Lust gehabt, wieder Losing Teasons zu haben, sondern deswegen habe ich schon World Post gewohnt und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr wieder schaffen können. Es sind gute Leute dabei. Sie halten zusammen, gerade wenn wir jetzt auch ankommen, mit vierten Vorder, wo es wirklich jeder auf den anderen sich verlassen muss. Und ich denke mal, das ist jetzt das Wichtigste, woran wir die Spiele entschieden haben, auch knapp dann. Aber auch nicht schlecht. Also machen wir was anderes, aber in dieser Ende der Europäischen ganz gut. Wir sind eigentlich ziemlich ausgeglichen, alle sehr, sehr stark. Und wie gesagt, man muss halt gekonzentriert spielen, das ganze Spiel durch. Dann hat man vielleicht eine Chance, den vierten Vorder-Spiel zu entscheiden und da auch konzentriert werden. Weil alle Spieler sind eigentlich sehr gleich verteilt worden. Vielleicht hat Barcelona ein bisschen Pech gehabt oder so, aber ansonsten sind die Teams ziemlich ausgeglichen. Ja, also das Schottland-Spiel, beide waren ziemlich anstrengend. Und dann musste ich die ganze Zeit voll wegspielen. Und dann habe ich mich wieder Kopfnüsse verteilen müssen, weil ich die Leute wegschieben müssen. Und das tut da halt jetzt so ein bisschen weh. Aber die Schottland-Defense ist schon sehr stark und war wirklich anstrengend. Die sind eigentlich ein bisschen ähnlich. Vom Stil her sind immer ganz ruhig. Aber wie gesagt, ich habe gehört, dass er letztes Jahr vielleicht nicht so ruhig gewesen ist. Aber hat er vielleicht damit auch zusammen zu hängen, dass er viele Spiele verloren hat. Und dieses Jahr hat er jetzt schon viel gewonnen. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich lockern. Ich komme mit ihm sehr gut klar. Ich finde, dass er jetzt ein super Trainer ist. Ja, also das glaube ich schon wie so ein Heimspiel für mich eigentlich. Weil ich stumm aus Köln, ist nicht weit weg und ich habe viele Leute, die zugucken. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich heute ein bisschen spielen kann, um es mal zu zeigen. Aber hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Ja.